Es ist ein Rosensprung aus seiner Vorwurzertsart, wie uns die Arten zogen von Jesaja an die Art und hat ein Blümlein bracht, mitten im Kattenwinter vor zu der Herrnacht. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine, war ich die Leinermacht. Aus Gottes Ehemracht hat sie ein Kind geboren und blieb doch auch eine Macht. Das Blümlein so kleiner, das duftet und so süß, mit seiner hellen Scheine vertreibst die Dissernis. War Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Süd und Tod. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020